Ja, hallo, ich bin StarsCamp, schaut heute mit einem neuen Video und zwar heute gibt es eine Kill-Challenge um 500 Euro mit iCry-Max, Leute. Wer ist der bessere Spieler in der Season 2? Was geht ab? Ihr wisst, Max ist auch schon absoluter OG, er hat sogar Twiddles. Gott, Alter. Und jetzt wird es an den Eingemachten gehen, Leute, let's go, wie geht rein. Wer macht mehr Kills in der neuen Season? So, Max, los geht's. Hier sitzt du im Battle Bus. Und jetzt werden wir hier mal eine Runde rumfliegen, oder was sagst du? Ab nach Rocky Reels, du alter Paul-Berger. Wirklich HotDrop runter, das werden richtig cool, Leute. Das ist nichts für dich. No Spur. Max, die Season ist nichts mehr für Anfänger. Es ist nichts mehr, du bist aus dem Alter raus mit Fortnite, du bist kein Fortnite-Kiddy mehr. Ja, aber es ist doch jetzt wieder ohne Bauen. Seitdem du Bentley fährst. Es ist doch jetzt aber ohne Bauen, Junge. Leute. Das ist doch wieder was für die Rentner hier. Seid ehrlich, hat Max nicht verändert, seitdem man Bentley fährt? Ich hab das Gefühl, ja. So, jetzt ist es raus, Alter. Schade, dass du hier so Behauptungen aufstellst. So, Leute, schnell hier die Kiste. Oh mein Gott, hat uns viele. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab' ich angeschossen. Help, 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 help. Ich helfe dir nicht, ich helfe dir nicht. Bro, ich dachte, wir machen hier Teamplay. Barm, ein hab' ich, ein klar hab' ich. Travis Gott schießt auf mich, der Bruder schießt auf mich. Ich muss weg hier. Bro, was ist hier los? Das kann nur ein Travis geben. Alter, wie viele Leute sind damit gewesen? Holy, 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 holy. Ich muss jetzt erstmal die abfahren. Leute, ich muss mal kurz, ich muss nicht mal kurz ausruhen. Ich bin da ein bisschen älter wie du. Da leg ich mich mal kurz ins Zelt rein. Alles gut, Bro, ich bin hier grad auch sitzen. Challenge ist natürlich auch, man muss die Runde gewinnen, ne? Ach so, scheiße. So, ein Kill hab' ich schon. Ein Kill ist durch. Oh, ich hab' hier einfach den absoluten Drecksloot. Das ist sehr gut, aber es sind noch richtig viel Gegner bei dir unten. Das ist doch geil. Ja, hier ist richtig was los gerade. Ja, ich guck mal vorbei hier, was geht hier ab, Leute? Ich bin auf dem Lower Deck. Auf dem Lower Deck? Oh, da hinten ist auch noch einer, Leute. Den haben wir auch. Zack, nächster Kill. Kill, zwei Kills sind schon mal ruhig. Blitz, go. Oh, mein Gott. Oh, mein, mit Harpune Gold. Nein. Nein, 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 mate, 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 kommt. Ja, das war's, Digga. Ich brauch Support, brauch Support, bro. Hol den anderen, hol den Travis, hol den Travis. Danke. So, danke, Max, für den 50er. Ja, danke für den Kill. Ey, Bro, Bro, der kommt, der kommt, der kommt. Wo ist der denn? Und hier bei mir. Der ist runtergeflogen, der ist runtergejumpt. Ey, der Bummi-Schüler. Ey, Bro, gib mir jetzt bitte mal ein Medikid, Alter. Oh, du willst ein Medikid von mir? Ich hab auch hier, ey, ich hab 25, nehm, noch mal was hier. Gib mir mal Mini, gib mir mal Mini. Ich hab keinen mehr. Ey, Max, Max, pass auf, hier. Ja, ich bin noch nicht so, Junge. Nimm mal dein Mett, Tüte, ey. Mit Starni im Sport ist, braucht man keine Feinde mehr. Ey, guck mal, ich hab dir was schon, du hast zwei Kills schon? Ja, ja. Ich hab schon zwei und du. Einen. Das ist schlecht. Bro, ich hatte auch die Meistheit nur noch Harpune, da. Weil einer ist einer zu wenig. So, Freunde. Ich muss mir auch mal sagen. Ich muss jetzt hier raus, ich werd mir noch den Loot holen, nämlich von hinten. Da hab ich noch eine geile Kiste gesehen. Und da unten fährt die Bummi-Schüler. Und schon wegt Baba-Bum-Panzer rum. Oh mein Gott, hab ihn. Geil. Nein, nächstes Kill, Leute. Geil. So, ich geh jetzt auch mal. Aber da unten sind die. Die sind da unten im Dorf. Bam. Oh mein Gott, ich hab vier Kills. Vier Kills, Bro. Wie willst du das noch einholen? Bro, komm mal hier runter ins Dorf, Bro. Jetzt ist richtig was los. Das ist gar nichts los. Ich seh doch, was da los ist. Da ist noch einer, Leute. Oh mein Gott, das sind nur diese Wachen, die er rumschießt. Ja, ja. Was sind Wachen? Brathuhn. Die sind aber auch beim Flashern. Max, ich sag dir ganz ehrlich, du solltest dich mal ein bisschen anstrengen. Weil aktuell sitzt du hier gut ausführlich. Bro, ich muss sagen, hat aber auch echt einen schlechten Start gehabt. Da ist immer einen schlechten Start. Sagst du immer. Schlechter Start. Äh, ausdehnen. Hey, Blau Real Talk, ich bin die meiste Zeit hier mit einer Promo umgelaufen. Oh, da ist noch einer. Jetzt können sie kommen, ja. Ich gehe auf Heiler und tun wir den. So. Das ist jetzt hier kein Ausreder. Ich will mich holen. Hey, war doch gerade noch einer gewesen. Wo ist der hin? Der war da drin. Auto. 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 Aber was nerven diese Kack-Wachen denn so? Wer will abbauen? Nein, 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 der will abbauen. Scheiße, Leute. Vielleicht kriegen wir das Auto kaputt. Max, schießt aber auf das Auto, Alter. Ich verfolge ihn. Das wird mein Kill. Nein. Nein. Nein, die Ekkiger. Alter. Was sollte das denn? Oh, shit, shit, shit. Ey, Bro. Wirst du ja beschossen? Ach, Digga, das ist diese... Digga, die Wache killt mich fast. Was hat er auf einmal? Was hat er auf einmal? Was hat er auf einmal? Bot gekillt, Leute. Was hat diese Wache auf einmal? Hey, Alter. Ja, das bist du jetzt gerade nicht. Aber die andere Wache hat mir wirklich Schaden gedrückt. Oh, Freunde. Das sieht schon mal gut aus. Egal, schön kill geklaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe aber trotzdem noch zwei mehr wie du. So. Fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Ich werde jetzt erst mal noch ein bisschen Munition sammeln müssen. Genau, schön Munitionsdings mitnehmen. Und... Oh, hier ist einer, Leute. So, Bock, die Leute. Ich dachte, aber den lassen wir schon in den Max-Penzen. Oh, neben uns ist einer. Oh, das ist nicht gut. Aber die kommen sogar mit Panzer, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich brauche Munition, Leute. Du brauchst Munition, hm? Wie hast du denn? Was brauchst du denn? Ah, er. Ich habe, sage ich mal so, ich habe 330. 330. Ja. Du, weißt du was, Max? Von dir will ich keine Munition. Ich hätte dir eh keiner gegeben. Weil dann hast du auch... Sonst hast du eh keine Chance. Okay, Leute. Da hinten ist irgendwo ein Panzer und... Ja, ja, ja. Hier ist ein Rabe. Hier ist ein Rabe. Was bedeuten denn diese Rabe? Oh, die haben mal krasse Waffen dabei, aber nicht in diesem Fall. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt nicht in die Zone gehen. Shielded Towers. Ich muss rotieren. Ich brauche noch einen kleinen Forschung an Kills, weil hier ist noch alles offen. Und da vorne sind welche. Oh, ich habe Max von mir nicht. Nein. Oh, das ist ein Panzer. Ach du Scheiße. Da solltest du lieber nicht hingehen, Max. Nee, lass das da weg. Das ist ein Panzer, dann sind da locker Leute auf dem Schiff. Ich höre mich mal. Zone ist eh bei uns. Ich wusste, was machen die da Leute? Wow, der hat mich getroffen. Alter, jetzt muss ich aber weg hier. Alter, Panzer dich angeschossen. Ja, ja. Hau rein, Max. Willst du mitkommen? Ey, komm schon mit. Nimm ich mit. Wir sind auch die Trucker-Fahrer, Brüder hier. Ey, ich wollte erst mal zur Kanone und weg hier. Weil das ist mir ein bisschen zu wild. da oben ist die kanone let's go an diesen kanonen war ich noch nie du warst du kannst so wie ihn damals kann sich wegschießen damit wie uns diesmal an visieren okay machen müssen man oh mein gott dann ist im baum egal ich hier auch noch ein max es hat echt viel hört vielleicht doch besser schick mit schützen heute wo sind die denn durch die nebel sieht man mal wieder nichts das ist absolut doof jungen seit wann ist denn hier so eine nebel action da ist einer mit kanone die schießen schicker mit kanone weg die zwei sind wir gerade diese richtung zwei stück ja ein habe ich ausbauen leute nächsten anzeige bei uns ich habe den nächsten zack leute finish und nein das ding leute und ist einer max und ist alles laut der slow wo markier markier ne ne sag ich nicht leute warum sag ich nicht wo der gegner ist doch mal hier doch der nein 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 ich mag hier doch bestimmt nicht für dich die kill leute ich werde selber hingehen weil da war noch ein schöner schildsbrankler den wir uns holen werden oder für gegner leute siehst du denn hier gegner das ist gar nichts hier unter mir da ist ein panzer ach digga er kriegt den auch noch als der sogar eine krone leute können wir uns noch die krone direkt dann max sieben kills habe ich was stark sieben wie fährst du 222 noch einige leute so ein bisschen kannst du noch anrichten wird schwierig es wird sehr sehr schwierig glaube ich werden für dich ohne leute kommt auto ich bin weg max rein ich bin auf die siepläne nicht ach so weit du die kraft ja ja das muss hier nach links hier ne 520 schuss habe ich das ist ja hier richtig realistisch jetzt hier geworden das ist realistisch geworden safe hörte wo waren das auto gewesen das war doch hier irgendwo gewesen auf einmal realistik fortnite hier hab ich gar nicht mitbekommen ok ab die zone aber ich habe ja auch gutes positioning und hier ist die kanone vor uns schüsse ich muss sagen ist schon schnell am rotieren hier da komme ich hier kaum mit alter ja oh mein gott hab ein das gibt es nicht leute es sollte ich da und da wenn er dort ich glaube ich habe ein habe ich glaube ich glaube man fehlt ja wichtig hast du da zwei ich krieg mir ein aber sein kollege wenn er war direkt da und er war eine gewartet ist was aber ich der wagen zwächter der wagen schütteln dann musst du noch irgendwo und bruder ich sehen wo denn sage ich dir nicht das ist schwer für dich max zwei kills hast du ne ich habe neun drei kills hast du ja ja ne komme ich nicht mehr hinterher also ich sage dir halt auf hart du könntest das noch schaffen da musst du aber jetzt zu denen den max modus aktivieren warte hier vorne ich sehe welche oder ich muss down gehen ja ich bin bei dir wo siehst du denn welche ich finde ich mache hier wieder alle low ich sehe ich schon kommen oh ich sehe die leute ich kann genau hinter ihnen landen oh mein gott das macht ich bin nur am low schießen die ganze zeit nein beide wurden leute ja jetzt hat er mir mal einen kill geklaut bam was sagst du dazu gönne ich dir nicht leute elf kills ja okay das war's max du hast fünf water verloren ah strong digger statement ich hab hier ne fette elfer kill round aber das leben noch einige ich weiß nicht ob du kannst das doch schaffen das ist auch ne geile round digger muss man sagen ne 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 wobei doch ne sieben 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 elf also wenn ich jetzt jeden killen würde dann könnte ich noch einen ausgleich schaffen das könnte es jetzt theoretisch noch schaffen aber leute ihr seht doch hier mit i cry max einfach traum durchführt kiels direkt hier schon will ich war ich mit der runde ich glaube hier vor mir das richtig session hier vor dir wir sind schön auf ja 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 hast du sound visualisieren überhaupt an ne aber ich bin ja mehr so casual hier sofort nein nein du bist auch profi 2 oh mein gott aber du hast doch wirklich nach was die es finden nicht lange geht da drüben sie noch mal zwei hausgitarren bei dir hat max abc4 geworfen aha bin der c4 schon aha leute noch zwei und ein einzelner also ein team und ein einzelner sind noch holy moly ich habe 13 kills das ist ja absolut dominanz hier ich habe 4 17 haben wir insgesamt wenn eine 20er wird eine 20er oh mein gott der ist nicht schlecht der ist nicht schlecht bei mir ja bro du bist tot nein ey bro hast du den mir geklaut nein hab ich nicht ah ich dachte schon hat ein anderer mir geklaut oh ich werde gelasert ja da sind viele brock wo es zurückkommt wir wollen auch noch die runde hier gewinnen ich habe auch wirklich gerade fechtiger ich fight mit einem irgendwo ein schuss kommt aus dem nichts der klaut mir auch ey Leute die sind nicht schlecht dahinten ich glaube das werde ich alleine nicht schaffen ach komm das ist auch hier so wichtig dieses positioning in der in der season digga weil man hier einfach nicht sich irgendwo verbrauchen kann alter bro leute was sind das für welche was los was los was los ey ich bin down ich habe minis bro ich habe selber minis aber die sind vor mir hast du blau äh äh heal oder so äh äh was haben die damage gegeben sind über uns da auf dem Berg ne ja 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 das sind die letzten ne auch vor mir oh mein gott das sind auch absolute OG-Sticker die haben die season 3 skins ja die haben Sprengler geworfen scheiße die sind hinterm stein ja ich sehe ich werde versuchen mit taktisch zu positionieren ja ja musst du musst du musst du konkrete ohne zone zone man muss ja einfach so hindern ist das so weird dass man dich bauen kann digga ne ich bin down alter Leute ey die haben auch gut gedrückt muss ich sagen die haben echt gut Schaden gedrückt schade Leute schade Marmelade kann doch nicht wahr sein mal gucken ob Max das hier noch macht aber konnte man nichts machen Max hat mich die ganze Zeit alleine gelassen hinter dir sind vor dir aber was redest du vor dir oh das ist schön high bro das war's der FC4 runter nein schade schade Leute ich hoffe euch hat's gefallen lasst kostenlos abo das checkt Max hat tschau bitte